Ich habe eine Zahl gelesen in einem Buch, da wird beschrieben, dass vor 20 Jahren die Haltedauer einer Aktie im Durchschnitt vier Jahre war. Und heute sind wir bei 22 Sekunden. Man macht denselben Urlaub an denselben Orten, die Kinder gehen in den selben Kindergarten. Und dann wird daraus so ein geschlossenes System, in dem man sich immer weiter von der Wirklichkeit entfernt. Deswegen mache ich mir auch keine Gedanken darüber, ob das, was ich in meinem Job mache, die Deals, die ich abschließe, ob die irgendwelche Auswirkungen auf die Welt da draußen haben. Dann kann ich den Griechen sagen, wisst ihr was, entweder ihr gebt uns die Kohle oder wir lassen das Ding hops gehen und dann seid ihr technisch im Bankrott. Also du zahlst 28 Millionen, zwingst den Staat 100 Millionen auszuzahlen. Das lohnt schon mal. Ja. So macht man das. Das war ein ganz normales Geschäftsmodell. Das hat nicht nur eine Firma gemacht. Das sind solche Geldsummen unterwegs, mit denen man wirklich inzwischen auch Länder angreifen kann. Was muss man erwarten als nächstes? Frankreich. Frankreich.